Viele Österreicher schauen sorgenvoll in das kommende neue Jahr, 2023. Was wird das Jahr bringen? Wie wird die Asylsituation sich entwickeln? Wie die Teuerungswelle? Wie der Krieg in der Ukraine? Und heute ist ein Mann bei mir, der als Politiker da sicher seine Ideen dazu hat, wie sich das Ganze weiterentwickeln wird. Herbert Kickl, Bundesparteiobmann der FPÖ, herzlichen Dank fürs Kommen. Gerne, grus Gott. Herr Bundesparteiobmann, Sie sind ja da mitten im eigentlich Dauerwahlkampf, was dieses Asylthema betrifft. Das hat ja der FPÖ immer geholfen. Ist es jetzt aber trotzdem so gut, dass wir dieses Thema immer haben? Zunächst möchte ich einmal der Richtigkeit halber sagen, dass wir ja die letzten Jahre eine Diskussion geführt haben von Seiten der sogenannten Experten der Politik, die sich da täglich damit befassen und alle möglichen Parteien beraten, noch nicht uns, die gesagt haben, naja, was werden denn die Freiheitlichen machen, wenn es kein Asylthema gibt? Und wir haben eigentlich zwei Jahre lang Politik gemacht, ohne dass wir jetzt offensiv auf dieses Asylthema gesetzt hätten. Und jetzt kommt diese Entwicklung, vor der wir immer schon gewarnt haben, auch seinerzeit, als ich noch Innenminister gewesen bin, wieder in den Vordergrund der politischen Debatte. Nicht, weil das Problem vorher nicht so existent gewesen wäre, das war schon da, sondern es ist halt medial zugedeckt worden. Die Politik hat sehr, sehr viel Kraft und sehr viel Energie auch darauf verschwendet, in einer, glaube ich, in einer Lehre aus dem Jahr 2015, 2016, was man nicht so viel darüber berichtet, dann regen sich die Leute weniger auf. Und jetzt hat es eine Dimension erreicht, wo das nicht mehr funktioniert. Und jetzt ist das Asylthema da. Aber wird sich das jetzt im Jahr 2023 dann noch verschärfen oder wie ist Ihre Prognose? Ja, ich glaube, das wird sich verschärfen. Und es wird in der Politik, und das ist der entscheidende Punkt in der Innenpolitik, die Glaubwürdigkeitsfrage auch in diesem Bereich ins Zentrum der politischen Auseinandersetzung bringen. Denn man kann ja vergleichen, es hat in diesem Land eine Phase gegeben, wo die Freiheitliche Partei im Innenministerium zuständig gewesen ist. Das war mit mir als Innenminister. Und wenn Sie sich die Zahlen dort anschauen, dort haben wir einen Bruchteil von dem gehabt. War das aber nicht in der Phase, wo es eher ruhiger war? Und zum Zweiten, und zum Zweiten, dann vergleichen Sie das mit jetzt. Wir haben es ruhig gemacht. Wir haben es ruhig gemacht. Und ich komme ja mehr und mehr zu der Überzeugung, dass uns die österreichische Volkspartei dieses Ressort damals gegeben hat, weil man gehofft hat, dass wir die Zahlen nicht nach unten bringen. Weil man gehofft hat, dass die Freiheitlichen kein Rezept dagegen finden, diesen Andrang irgendwie zu stoppen. Aber wir haben es geschafft, in einem Mix, mit einer Vielzahl von Maßnahmen, die wir damals auf den Weg gebracht haben. Und ich glaube, ganz Österreich würde sich freuen, wenn wir heute annähernd solche Zahlen hätten, wie wir sie vorweisen konnten. Aber Herr Bundesparteiobmann, ich höre immer als Journalist, wenn ich bei einem Ministerium nachfrage, warum blockiert man jetzt einfach nicht die Grenze, sagt, Moment, wir schauen uns direkt an der Grenze an, ob sie überhaupt asylberechtigt sind, wenn sie Inder oder Pakistani sind, dann können sie bei uns nicht rein. Und dann heißt jedes Mal, das hat rechtlich, darf das nicht sein. Ist das jetzt die richtige Auskunft oder ist das eine falsche Auskunft? Also ich glaube, dass es keine korrekte Auskunft ist, sondern es ist ein vorgeschobenes Argument dahingehend, dass man einfach nicht den Mut hat, diese Dinge durchzuziehen. Das ist natürlich, sage ich einmal, nichts, wo man nicht in ein gewisses Spannungsverhältnis kommt, sage ich einmal, mit den geltenden Regeln. Aber letzten Endes geht es darum, als Politiker zu entscheiden, was nutzt der eigenen Bevölkerung und was schadet ihr. Und das liegt ja auf der Hand, dass diese Völkerwanderung und was anderes ist es ja nicht, die eigene Bevölkerung schädigt, ihre Sicherheit, die sozialen Systeme und, und, und. Das Ganze kostet Milliarden und hat keinen einzigen Nutzen für uns. Und deshalb ist die Politik gefordert und im ganz Speziellen ist es der Innenminister, dem ja die Sicherheit im Land und die Erhaltung der öffentlichen Ordnung und Ruhe quasi, das ist ja seine Kernaufgabe, dessen Kernkompetenz ist es, das sicherzustellen. Und das kann ihm niemand in Brüssel oder auf einer anderen Ebene abnehmen. Ich habe das bei meinen internationalen Auftreten da im Rahmen der Europäischen Union auch immer so artikuliert. Ich habe gesagt, sie können von mir verlangen, was sie wollen, aber letzten Endes ist die Kompetenz die des Innenministers für die Sicherheit zu sorgen und der wird das machen, was er dafür für notwendig erachtet. Und wenn es jetzt die eine oder andere, sagen wir mal, Überschneidung oder die eine oder andere Problematik mit dem europäischen Recht gibt, Herr Schmidt, dann frage ich Sie, dann gibt es halt ein Vertragsverletzungsverfahren mehr. Ich weiß gar nicht, wie viele wir anhängig haben, es sind sehr, sehr viele. Warum nicht auch einmal in einem Bereich, wo es für die österreichische Bevölkerung wichtig wäre, das auch auszustreiten? Aber bleiben wir da ganz konkret. Sie waren ja Innenminister. Im Ministerium muss ja alles mit einer Verordnung, mit einem Erlass passieren. Kann man dann als Innenminister, wenn Sie es wieder werden würden, dann sagen, Moment, liebe Grenzpolizisten, ich gebe euch den Erlass an Inder oder Pakistani, lasst sie nicht mehr rein. Ist das möglich? Jetzt drehe ich die Sache um. Natürlich ist das möglich und wenn es anders nicht möglich wäre, dann hätte ja die österreichische Volkspartei nicht Hand in Hand mit der Sozialdemokratie, nicht Hand in Hand zwischen Regierungsebene und allen Landeshauptleuten im Jahr 2016 eine Obergrenze definieren können, aus meiner Sicht viel zu hoch. Und an diese Obergrenze, damals waren es 37.500 Anträge im Jahr, eines koppeln, nämlich die Nichtmehrannahme von Asylanträgen. Wir haben ja das in der Schweiz jetzt derzeit auch, dass man da sagt, sehr klar, also wir haben eine Obergrenze erreicht, bis dahin können wir auch die zu uns kommenden Migranten gut versorgen. Eines muss man immer dazu sagen, weil die Schweiz, das sind hervorragende Verkäufer, wenn es um ihre Asylpolitik geht. Man muss dann immer zweimal hinschauen, das, was die Schweizer hier gemeint haben, das ist ein Resettlement-Programm. Das ist wieder etwas anderes, das sind nicht die Leute, die mit den Schleusern da über tausende Kilometer zu uns kommen, sondern das, was dort auch gemeint ist, sind Programme, wo man Menschen direkt in einem betroffenen Land abholt und dann sozusagen direkt in ein Zielland bringt. Das ist das Resettlement, aus dem sind wir seinerzeit schon in Österreich ausgestiegen, als ich Innenminister gewesen bin, weil ich gesagt habe, na bitteschön, das geht ja wohl nicht nach oben rein, wo wir schon so eine Belastung durch Illegale haben, dass wir jetzt auch noch ein Resettlement-Programm betreiben. Gleich eine Frage zum Thema Innenminister. Würden Sie es noch einmal machen, wenn das möglich wäre, die Umfragen, wir sehen ja jetzt Woche für Woche, die FPÖ ist auf 26 bis 30 Prozent von den Meinungsforschern gerankt. Würden Sie das noch einmal machen? Ich glaube, ich wäre ein schlechter Politiker und es würde auch sozusagen meiner freiheitlichen DNA widersprechen, sich einer solchen Aufgabe nicht zu stellen. Und wenn ich es nicht mache, dann wird sich ein Freiheitlicher finden, der das, was wir damals im Innenministerium begonnen haben, zum Schutz der österreichischen Bevölkerung, der das fortsetzt. Also kein Nein? Das ist kein Nein, natürlich nicht. Und ich denke, es wäre ja gar nicht so schwer. Man könnte sich ja, und ich habe das der Regierung auch empfohlen, zum Beispiel eine Rückendeckung holen gegenüber Brüssel, indem ich die Bevölkerung einmal zu diesen Themen befrage. Das hat ja kein Mensch gemacht. Fragen wir doch die Menschen, ob sie das haben wollen, dass es einen echten Grenzschutz gibt oder ob Grenzschutz bei uns gleichbedeutend sein soll mit diesem Empfangskomitee, das es im Moment gibt. Und da könnte man mehrere solche Fragen miteinander koppeln. Dann macht man eine Volksbefragung und mit diesem Ergebnis ausgestattet fährt dann der Bundeskanzler und der zuständige Innenminister nach Brüssel und sagt, das ist das, was die österreichische Bevölkerung will. Und ab sofort setze ich mich hier in diesen Konferenzen und an diesem runden Tisch nur mehr dafür ein, das zur Umsetzung zu bringen. Was soll man da dagegen machen? Das wäre ein vielleicht interessanter Ansatz. Da wären wir schon frei mit den Ungarn. Genau, das wollte ich eben gerade darauf auf Ungarn zu kommen, zu sprechen kommen, weil ja das ein Riesenthema ist. Wenn man dann Milliardenzahlungen aus der EU nicht mehr bekommt, die einem ja zustimmen würde, ist das da nicht ein Schuss ins Knie? Da haben wir aber eine etwas bessere Position, als Sie die Ungarn haben, denn wir sind Nettozahler, Herr Schmidt. Die Ungarn sind Nettoempfänger. Die kann man jetzt sozusagen mit dieser Schraube dafür erpressen, dass Sie auf die eigene Bevölkerung schauen. Schlimm genug, dass die Europäische Union das macht, aber auf uns sind Sie angewiesen. Sie brauchen das Geld aus Österreich. Sie kennen ja diese Erweiterungspläne. Da kommen ja lauter Länder dazu, die man bezuschussen muss. Das sind ja keine Nettozahler, die da auf der Erweiterungsliste stehen. Ja, da muss man sich eigentlich alle zehn Finger abschlecken, dass man noch ein paar Nettozahler hat. Und diese Karte, die sollten wir viel, viel stärker spielen. Wenn wir schon mal über das Geld sprechen, viele Österreicher, und wir sehen es bei den Zuschriften an Express.at in den Leserforen, die machen sich wirklich Sorgen, wie das mit der Teuerung weitergeht. Die Preise, Energiepreise von Wien Energie, EVN, alles. Also irre, was da jetzt an Rechnungen ausgeschickt wird. Was kann man da als Rezept dagegenhalten? Also wir sind Womber dann irgendwie hilflos. Man sagt, die Energiekonzerne, die ja auch im Landes- oder Stadteigentum sind, die sagen, wir müssen das weitergeben, weil wir Aktiengesellschaften sind teilweise. Also was kann man da tun? Ich weiß, dass es nicht alle gerne hören. Aber wenn Sie so ein Problem lösen wollen, dann müssen Sie an die Wurzel gehen. Wir haben vorher über das Asylproblem gesprochen. Dort wäre der entsprechende Ansatz, an die Wurzel zu gehen, zum Beispiel diese Annehmlichkeiten des Sozialsystems zu eliminieren, keinerlei Geldleistungen mehr auszuzahlen und Ähnliches. Das würde sehr, sehr rasch hier diesen illegalen Zuzug und diese Völkerwanderung stoppen. Und im Bereich der Teuerung ist es nicht viel anders. Sie müssen an die Ursache gehen. Und die Ursache ist dort selbstverständlich das Sanktionsregime, an dem sich Österreich unverantwortlicherweise beteiligt hat, vorangetrieben von der Europäischen Union. Das führt uns jetzt hinein in ein Teuerungsdesaster, angetrieben von einer Teuerungsproblematik rund um Öl und Gas. Und da kommen wir nicht raus, solange wir dieses Problem nicht lösen. Ja, aber da gibt es doch immer und viele Stimmen, die sagen, wenn wir die Sanktionen beenden, dann heißen wir das de facto gut, dass Russland jetzt einen Teil der Ukraine besetzt hat. Nein, das bedeutet es nicht. Sondern das, was wir damit machen, wenn wir aus diesem Regime aussteigen, wenn wir Verbündete suchen, die so wie wir sagen, dass wir mit diesem Wirtschaftskrieg nicht erfolgreich sein werden, sondern dass wir es hier mit einem Knieschuss zu tun haben, dann ist das das, was die Vernunft gebetet. Und dann ist es das, was die österreichische Politik als Politik eines neutralen Landes umzusetzen hätte, sich nämlich herauszuhalten und sich auf die eigene Bevölkerung zu konzentrieren. Wir sind keine Kriegspartei. Wir haben ja das jetzt schon erlebt. Also die Aufregung war ja durchaus beachtlich, weil Österreich gewagt hat, jetzt zu dieser Schengen-Erweiterung ein Veto auszusprechen. Würde das dann nicht noch einmal extrem aufkochen und uns doch sehr isolieren, international, europaweit zumindest, wenn wir diesen Weg gehen würden, den Sie jetzt gerade vollgeschlagen haben? Nein, das glaube ich gar nicht. Denn da sind ja ganz andere Dinge auch im Hintergrund schon gelaufen. Sie wissen ja, dass sich die Ungarn zum Beispiel sehr wohl ihre Sonderregelungen herausverhandelt haben, wenn es um die Frage des Öl-Embargos geht. Für die Ungarn gilt das nicht. Die dürfen also weiter Rohöl importieren und die dürfen auch russisches Öl weiterverarbeiten und die raffinierten Produkte weiterverkaufen. Die Tschechen haben sich hier entsprechende Sonderregeln herausverhandelt. Für die Slowaken gilt das Gleiche. Die Kroaten haben das auch. Ich habe schon langsam den Eindruck, also wir sind jetzt das einzige Land oder eines der wenigen Länder, wo der Regierungschef nach Moskau gefahren ist, aber wo das Ergebnis 0,0 oder kontraproduktiv für die eigene Bevölkerung ist. Also man muss ein bisschen kreativer sein. Aber ich habe Ihnen jetzt einige Länder genannt, dann wären es wieder eines mehr. Und irgendwann einmal hat man da noch eine kritische Masse in der Europäischen Union, die die Frau von der Leyen und andere, die da sich vor den Karren der Amerikaner spannen lassen, die die vielleicht zum Umdenken bewegen. Aber kommen wir mal zur Regierung, auch zur Koalition von Schwarz und Grün. Glauben Sie nicht, dass man das durchhalten wird bis 2024 zum offiziellen Wahltermin, wenn die Umfragewerte für Sie so gut sind und für die Koalition so schlecht sind? Ja, das glaube ich. Ich glaube, dass uns das droht. Das wird die Situation nicht besser machen, weil gerade im Bereich der Teuerung ja noch überhaupt kein Anlass für irgendeine Form der Entwarnung gegeben ist. Ich verstehe ja gar nicht, wie die Regierung sich jetzt am Jahresende da auf die Schultern klopfen kann und sagt, also sie hat zwar alles ausgehalten, nicht dazu sagt, dass die Gesellschaft zerbrochen ist an ihrer Corona-Politik, dass der Mittelstand gerade zerbricht, dass es einen massiven Anschlag auf die Wirtschaft gibt, aufgrund dieser ganzen Sanktionspolitik, die unverantwortlich ist. Also es ist zu befürchten, dass es bis zum Ende weitergeht, aber es gibt einen einzigen Trost bei der ganzen Angelegenheit. Mit jedem Tag, wo diese Regierung länger im Amt ist, ist es gleichzeitig einen Tag kürzer, wo es noch dauert, bis es Wahlen gibt. Herr Prof. Parteiobmann, herzlichen Dank für das Gespräch. Vielen Dank.